Hey Leute und willkommen zu einem neuen angezockt Video, heute mit AFK Journey. Wieso dieses Spiel? Ich habe vor Äonen von Jahren mal AFK Arena gespielt. Und ich glaube mein Mod Eberdor hat mir jetzt auch vor kurzem gesagt, es gibt AFK Journey. Ich wollte es mir mal angucken, vielleicht ist es cool, vielleicht ist es ein gutes nebenbei Game. Testen wir es mal aus, kostet ja nichts. Und zu Beginn der Reise tippen wir gehen rein. Ich habe jetzt nicht alle Daten runtergeladen, da mein Handy schon wieder komplett voll ist und ich einfach nicht runterbekomme. Erst in den verborgenen Ecken der Zeit. Und ja, ignoriert das Dragon Ball Legends links im Bildschirm. Ich habe gerade kein anderes. Erwacht die schlafende Dunkelheit. Oh, ich bin die Dunkelheit. Ich bin Black Rabbit. Dem Fluch der Schatten. Also die Story, die finde ich schon mal gut. Kaum angefangen, finde ich schon mal gut. Okay. Okay, okay. Pfad der Helden. Nein, ich will kein Held sein. Ich will die Dunkelheit sein, die die Welt einäschert. Warum gibt es mal solche Spiele? Kennt ihr ein Spiel, wo man der Böse, Böse, Böse ist? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde ich auch gerne mal zocken. Dass ich nicht der Nette bin, sondern der Böse. Das wäre mal cool. Das wäre mal cool. Okay, weißer Bildschirm. Ah, man kann überspringen. Magister Merlin. Also die Grafik mag ich schon mal. Ich mag so Comic-Style. Ja, ist schön. Hat was von den Märchen und so weiter und so weiter. Ist eigentlich ganz schick. Ich bin der Magister. Magister Merlin? Kann ich das Spiel auch mit der Maus spielen? Ich glaube schon, ne? Ich habe ja mein Handy am PC angesteckt. Seht ihr die Maus? Ich sehe die Maus. Ich sehe die Maus. Lol. Stimmt. Ich muss gleich am Handy rumdrücken. Okay, wir springen das mal. Wir wollen jetzt ja, ne? Wir wollen jetzt ja ein bisschen zocken. Oh, wie geil mit der Maus. Obwohl mein Handy hier liegt. Wer ist dein Charakter? Ist mal die Frau. Typ A. Typ B. Aha. Breitere Hüften. Oh, aber breitere Hüften, ja, du. Kleidung. Äh, kann auch nicht. Okay. Gesicht. Aha. Schwarzhaarig. Augen. Schwarz. Warum ändert sich nichts? Äh? Ah, jetzt erst. Name. Können wir machen, random Namen, oder? Gibt es da einen random Namen? Ja. Wayfarer. Wayfarer klingt geil. Okay, mit einem Wayfarer. Muss ja nicht immer Black Rabbit sein. Wayfarer klingt auch cool. Und wie geil, dass ich mir da mal ausspielen kann. Das ist echt geil. Oh. Okay, ich bin mal gespannt. Kann es überzeugen? Ist es doch wieder ein Game, was man nicht unbedingt zocken muss? Ich weiß es nicht. Spielt ihr es auch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie gesagt. Okay, ich kann hier rumlaufen. Ah, okay. Es ist ein bisschen weit weg, ne? Seien wir mal ehrlich. Oh, da gibt es Gold. Okay. Geld einsammeln durchs Rumlaufen. Gefühle ich. Äh. Na, er hält. Okay, jetzt sind wir zu zweit, oder was? Ah, ich muss hier unten rumlaufen. Das ist so ungewohnt, wenn man mal nicht mit dem Handy spielt, sondern mit der Maus. Okay. Kämpfen die jetzt automatisch? Also wie gesagt, Grafik sieht schon mal gut aus. Wasser zeigt keine Wirkung. Okay, wir hauen rein wahrscheinlich. Damit ist einmal, ich will kämpfen. Ja, Schlacht beginnt. Okay, es läuft automatisch. Und wir können aber auch draufdrücken, eine Spezialfähigkeit einzusetzen. Uh. Okay, mit Feldern mag ich das ja sehr gerne. Hat aber was taktisches. Yeah. Sieg. Schadensmeister. Und Belohnungen. Okay. Also der ist jetzt uns beigetreten, sozusagen. Jetzt sind wir ein Dreier-Grüppchen. Okay. Wie gesagt, Story, ne? Könnt ihr euch selber ja auch in Ruhe durchlesen. Okay, wir laufen jetzt den Weg. Mit der Maus spielen fühlt sich so komisch an. Aber wie gesagt, mein Handy ist ja aktiv. Was ist das? Komm, wir looten hier. Okay. Kann man nix machen. Habe ich die jetzt befreit? Ludwig befreit. Okay, auch befreien. Okay. Kann man sprechen auch mit Leuten? Mhm, mhm. Hat was? Hat echt was von dem Rollenspiel. Ist ja eigentlich ganz cool. Aber ich weiß nicht, es ist ja AFK. Also man soll ja auch was machen, ohne. Ohne zu spielen. Ah, ist ein Kampf? Okay. Ah. Man kann die austauschen. Mhm. Also wer wo steht, dann kann man die Fähigkeiten einsetzen. Okay. Was ist das? Autoblay. Ah. Mal zwei? Mal zwei Autoblay. Okay, also man kann es beschleunigen und Autoblay machen. Also AFK, klar. Also, ne, nicht. Ja doch, wenn es eine lange Schlacht ist, kannst du auch aufstehen und gehen. Was haben wir hier unten? Ja. Okay. Kann ich verbessern? Stufenaufstieg, ja. Okay. Okay, man kann die auch verstärken. Okay. Belohnung erhalten. Okay, wir gehen weiter. Ey, bisher, wie gesagt, ist das ganz schick eigentlich. Na, nächsten Kampf instant reingelogen. Schlag. Die machen wieder AFK, oder? Mal zwei und AFK. Guck, wie die reinhauen. Zack, 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 zack. Und der Bogenschuss. Brrrr. Ich weiß noch nicht, ob ein Punkt kommt, wo es plötzlich heißt, okay, ich gehe jetzt und jetzt musst du deine eigenen Charaktere benutzen. Na, ich bin gespannt, wie ist das, wie das so verläuft, ne? Oh, jetzt sind wir umzingelt, okay, den Hammer, ja, easy of small. Also, Grafik ist cool, wie gesagt, story, gucken wir uns ja nie so an, bei diesen angezockt-Videos, da wir ja Gameplay sehen wollen, ne? Wir wollen ja spielen. Gibt's irgendwas? Nö. Hier oben ist noch was zu quatschen. Na, da liegt noch was, zack, eingesammelt. Das haben wir natürlich alles ein, was geht. Und spielen erstmal das Tutorial durch, natürlich. Okay, hier kann man nichts machen, hier liegt wieder was. Das ist, wie gesagt, sehr komisch, mit der Maus gerade zu spielen. Ist da eine Hexe? Oh, wie eine Hexe kämpfen. Uh, uh, die ist cool. Die erinnert mich ein bisschen auf die K-Arena, auch die Hexe. Ich habe das Gefühl, die habe ich dort schon mal gesehen. Ich habe das Gefühl, ui. Okay. Jetzt sind wir plötzlich fünf Kämpfer und wir haben sogar ein Elementarwesen anscheinend gegen uns. Oder ist es einfach nur ein Wirbel? Oh Gott, macht der Schaden, der Wirbelsturm. Soll ich verarschen? Schnell, schnell, ja, Hauptfähigkeiten einsetzen. Ui. Oh, die ist cool. Die ist cool. Aber der Wirbelsturm hat uns fast zerlegt, Alter. Besieg den Wirbelsturm. Werden wir verlieren in den Wirbelsturm? Oh Gott. Das wird eine enge Kiste, du. Weil da kann er uns gar nicht komplett auf Null machen. Das war eine enge Kiste mit dem Wirbelsturm, Alter. Haben wir noch besiegt? Nein, ich glaube nicht, weil wir uns wegpusten. Los, Hexe. Dein Röckchen wird weggeweht. Du musst den Wirbelsturm bekämpfen. Wir haben ihn geschafft. Noch mehr bekommen. Den haben wir bekommen. Jetzt haben wir hier ein Team, oder was? Ui. Schlaf gemacht? Wie gesagt, guckt es euch ruhig in Ruhe an. Oh, noch jemand Neues. Okay, jetzt geht es aber ab, du. Jetzt kriegen wir aber ordentlich Helden hier. Taverne. Taverne. Taverne klingt wie, ja, Charaktere rekrutieren. Okay, unser erstes Opening. Wir werfen Flyer raus und beten, dass jemand kommt und unseren Flyer annimmt sozusagen. Oh, S-Rare, oder? Lila. Okay. Faye. Ich kann noch mehr rekrutieren. Okay. Faye und noch eine S-Rare, glaube ich. Lila. Ich weiß nicht, ob man alle die gleichen Helden bekommt. Schreibt es gerne in den Kommentaren. Oh, Safe is cool. Safe is cool. Okay, wir haben zwei rekrutieren dürfen. In der Taverne rekrutiert man also. Geschichte aus Rogen. Neue Reise. Ah, der läuft automatisch auch dahin. Okay. Ich kann gar nichts machen. Neue Reise. Überspringen. Aber eine Maus spielt die so komisch. Was ist das hier unten? Geschenk. Oh, haben wir ein Zehner-Opening bekommen, oder? Warte mal, warte mal. Haben wir gerade ein Zehner-Opening geschenkt bekommen? Jo. Ein Zehner-Opening, Leute. Uh, ich liebe Openings. Was ziehen wir Geiles? Los. Nehmt meine wunderschönen Nachrichten an. Oh, zwei S-Rare. Uh, Gold. Gold, Puder, Gold. Wer ist Gold? Ich hoffe, du nicht. Lichtträger-Nuss. Okay. Noch eine Nuss. Ah. Das sind vielleicht so Sachen, die man... Nö. Okay, das ist der S-Rare. Sieht man, glaube ich, im Hintergrund. Das wäre eine Nuss. Die Nüsse finde ich geil. Kann man nicht anders sagen. So viele Nüsse. Oh, jetzt kommt er. Oh, sind die böse aus. Oh, die feiere ich. Die ist cool. Die ist cool. Sessia. Oh, die sieht böse aus. Die fühle ich. Und noch eine S-Rare. Oh, die böse fühle ich. Wenn der Rest hier nur noch Nüsse sind, die können wir überspringen. Oh, die Dame ist echt cool. Die fühle ich. Kann ich jetzt irgendwie mir ein Team erstellen? Ein eigenes Emporium. Es ist ein Emporium. Ah. Was kaufen. Gibt es irgendwie Team? Kannst du es überlesen. Also, wie gesagt. Mit der Maus da rumdrückt. Ah, hier. Man kann mein Handy in die Hand nehmen. Okay. Er will, dass ich die austausche. Okay. All spezielle Fähigkeiten. Die hier hat etwas, was wir nicht im Team haben. Hm. Ist das eine Heilerin? Kann ich die austauschen? Jo. Wir können die Heilerin, glaube ich, mitnehmen. Und dann würde ich gerne die Stufenaufstieg machen. Okay. Okay. Vier. Gibt die auch noch vier? Noch zwei. Okay. Was haben wir hier noch für Belohnungen? Events. Wir gucken uns alles an, natürlich. Da waren wir drin. Ah, hier war noch was. Erhältlich. Erhaltende Belohnung. Okay. Und was heißt es bei dem jetzt anders? Wahrscheinlich eh nur Nüsse. Und am besten, man sammelt erst mal die 10 Tickets, ne? Okay. Sprengfass. Okay. Ah, wir haben ja noch gar nicht. Kann ich jetzt alle da reintun? Ne, ne? Ne, den weg. Den rein. Ist doch irgendeiner falsch? Nö. Ach so, ich darf gar nicht so viele benutzen. Die wollte man doch gar nicht, oder? Doch, die haben wir auch drin. Oder? Ne, warte mal. Wer hat, was hat wir jetzt im Team? Ich glaube, die hat man noch ein Team, oder? Ah, dies nur blau. Die raus, dann doch den rein. Das ist so verteidigermäßig aus. Vielleicht eher den nach vorne. So, ich kenne mich auch noch nicht aus. Ich weiß nicht, wie jetzt ein Verteidiger sind. So, da. Wir gehen mal rein. Ich mache mal nicht auf mal zwei. Sprengfass. Kann man explodieren lassen, okay. Okay, der eine ist ein. Nahkämpfer. Der auch. Der hat sie unbesiegbar gemacht. Der hat einen fetten Zauber rausgeworfen. Okay. Oh, und die Katze hat einen geilen Nahkampfangriff. Ja, ich glaube, wir haben coole Helden. Ja, sie war die krasseste. Ist ja klar. Die legendäre ist sich im stärksten, ne? Ist ganz klar. Ganz klar. Was ist mir da jetzt schon wieder von mir? Chibi. Tank. Ach, eine Ausrüstung hat der auch. Man kann auch Sachen anziehen. Äh, das erhöht die Kampfkraft deutlich. Okay. Geht das bei allen? Oder haben wir keine Ausrüstung? Doch, ja, da hat er eine Ausrüstung. Uh. Okay, macht uns auch wieder instant stärker, ne? Aus... Ah, falsch. Ähm, Ausrüstung. Hat sie auch was? Nee, die hat nichts. Mhm. Okay, das muss man alles natürlich beachten. Kann auch Stufenaufstieg machen. Perfekt. Hat er eine Ausrüstung? Ne. Und da noch Stufenaufstieg? Mal kurz gucken. Zur Team ist wie so falsch. Ich glaube, ich will lieber den haben. So, dann machen wir auch noch eine Stufe höher. Nur auf 8, aber okay, 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 also bisher ist ganz lustig, kann man nicht meckern, oder? Kann man nicht meckern, gibt es Schlimmeres. Was ist das? Tippen und halten. Hm. Ah. Okay, wir haben eine Waffe bekommen, wir haben es weggesprengt. Jetzt können wir kämpfen. Elite-Ausforderung? Ah, ah. Wilder Wolf. Okay. Jo, das Team müsste ja passen. Let's go. Elite-Ausforderung. Level 11. Das geht doch, oder? Mal 2. Denk immer noch easy hin, oder? Okay, er greift die Katze an die ganze Zeit. Oh, dahin gestürmt und die heilt jetzt, oder? Ah, jetzt kommt, oh ja, ihre Fähigkeit, ja. Wow. Irgendwas Riesiges beschworen. Oh mein Gott. Okay, das ist geil. Ja, ich weiß, man zieht es nicht so viel, ne? Ist schon sehr klein, der Bildschirm. Die hat was Riesiges beschworen. Oh, wie cool ist die Frau? Aber trotzdem, er war da krasse. Okay. Wieder Ausrüstung und bekommt. Mhm, 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 mhm. Schatzkiste öffnen. Natürlich, mhm, mhm, mhm. Schatz gefunden. Okay, es macht erstmal, muss man schon sagen, Laune. Ich kann es nicht anders sagen. Es macht auf jeden Fall erstmal Laune. Dadurch zu suchten. Was ist das? Okay. Items erhalten. Es wird natürlich irgendwie so ein Punkt kommen, wo man wahrscheinlich mal so wieder so ansteht, sozusagen. Okay, ich soll quasi jetzt, ey, Bruder, du bist viel zu schwach, ne? Du bist viel zu schwach, du kannst da nicht kämpfen, bla bla, level erstmal hoch, so wie jetzt sind alle viel höher als wir, ne? Müsst ihr wahrscheinlich wieder nachleveln. Hm. Ah, läuft eigentlich noch ganz. Jetzt holt sie wieder das Riesenvieh raus. Das ist so geil. Das Riesenvieh ist so geil. Also macht das so viel Damage, ne? Alter, Verwalter. Aber ich glaube, unser Paladin ist auch ziemlich geil. Und wir kriegen schnell neue Ausrüstungen, die wir Helden anziehen können, damit sie wieder stärker werden, wieder stärker werden. Oh. Und wir haben Aufgaben erhalten. Mhm. Und wieder neue Belohnungen, ja. Am Anfang wirst du immer mit Belohnungen zugeschissen, ne? Am Anfang wirst du zugeschissen mit Belohnungen. Das kannst du mal. Sag mal, Helden, 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 Helden. Mhm. Ausrüstung. Alle öffnen. Ah. Okay. Da gibt's noch mehr Sachen. Mhm. Tank ausrüsten. Mhm. Das geht so. Okay. Supporter. Ah, es gibt spezielle Ausrüstung für Supporter, für Tanks und so weiter und so weiter. Für Magier. Mhm. Und was ist unsere Dame dann? Krieger. Gibt's auch noch Ausrüstung. Will wieder stärker. Sehr gut. Schützen. Gibt's. Ah, sie ist Schütze. Okay, haben wir die Dame auch noch stärker gemacht. Okay. Okay, jetzt mit Ausrüstung ist auch nicht schlecht. Wird ich ja noch upgraden. Ich sag, man kann natürlich jetzt da so viel Zeit rein verblendern, ne? Zehn. Jetzt haben wir mal was. Zehn? Alle bringen wir schon mal nicht schlecht, glaube ich. Ich glaube, das war schon, ne? Alle auf zehn. Ja. Zehn ist schon mal wichtig, denke ich. Wollte auch stärker werden. Okay, jetzt wird ein Kampf. Also ja, man kann da ordentlich rein suchen, wie lange ich jetzt noch spielen soll. Es ist auf jeden Fall geil. Man macht's erst mal Spaß. Erstmal nix zu meckern. Erstmal nix zu meckern. Macht ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, wie das so weitergeht, ne? Wann's halt, wie ich schon gesagt, wann's halt richtig schwer wird, ne? Weil man sich denkt, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Und jetzt vielleicht sollte ich doch einen Helden ziehen, ne? Soll ich doch Geld ausgeben? Leute, gebt nie Geld aus. Spielt immer free to play. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Ausrüstung bekommen, ja? Wieder stärker, wieder stärker, wieder stärker, wieder stärker. Wie gesagt, ich glaube, ich werde da mal ein bisschen so reingucken. Ah, genau. Und links steht AFK. Was heißt das? Reise weiter, um AFK-Abschnitte freizuschalten. Ah, okay, jetzt läuft so eine Zeit. Die machen jetzt die ganze Zeit Sachen. Ja, ich kriege die ganze Zeit Sachen. Ihr seht ja, ne? Die ganze Zeit. Und je weiter ich bin, umso mehr sammle ich pro Stunde ein. Also wenn ich das Spiel nicht spiele, bekomme ich bestimmt Belohnungen. Macht Spaß erstmal, würde ich sagen. Ich finde es nicht schlecht. Kann man mal sich angucken. Ob es auf Dauer Spaß macht, keine Ahnung. Ich werde es nochmal ein bisschen weiterspielen. Vielleicht sehen wir uns in noch einem Video. Lasst mich auch gerne wissen, wenn ihr mehr sehen wollt. Durch einen Daumen nach oben. Kommentar. Kostenloses YouTube-Abo. Lasst mich alles einfach wissen, ne? Wenn ihr auch Kanalmitglied werden wollt. Übrigens, wenn ihr mich unterstützen wollt. Link in der Videobeschreibung. Genauso wie der Holy Shop. Danke dafür. Und ja, ich werde es ein bisschen weiterzocken. Vielleicht ist es doch ganz geil. Vielleicht habe ich es unterschätzt. AFK Journey. Bruder, was geht raus? Haut rein. Bin gespannt, was ihr sagt. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.